Das ist unsere einzige Chance. Wir müssen sie ergreifen. Wir brauchen Kong. Die Welt braucht ihn, um aufzuhalten, was kommt. Und dieses Kind sie ist die einzige, mit der er kommunizieren wird. Ich weiß, dass sie etwas verbindet. Sie konnte nirgendwo hin, also habe ich versprochen, sie zu beschützen. Und ich denke, in gewisser Weise hat Kong das Gleiche getan. Es ist Godzilla. Es sind gefährliche Zeiten. Godzilla verletzt da draußen Menschen und wir wissen nicht, warum. Irgendetwas, das wir noch nicht sehen, provoziert ihn. Ich bin der gleichen Ansicht. Die Mythen sind wahr. Es gab einen Krieg. Und sie sind die letzten Überlebenden. Wer beugt sich wem? Kong beugt sich niemandem. Kong beugt sich niemandem. Klingel.